Servus zusammen! Wir haben euch für die nächsten zwölf Monate für jeden Monat ein paar Übungen zusammengestellt. Die Übungen sollen euch die Möglichkeit geben neben dem Training daheim auf dem Kickplatz einfach noch ein bisschen mehr zu machen, euch weiter zu verbessern. Da geht es um Technik, um Koordination, um Gehirntraining. Es bringt nichts, wenn ihr euch das Video anschaut, die Videos anschaut, daheim einmal nachmacht oder zweimal nachmacht, sondern wie ein Trainer von uns, das früher gesagt hat, wenn ihr euch verbessern wollt, gilt eins. Übe, übe, übe! Und damit fangen wir jetzt an. Los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017